So, hier schön zumachen. Wollen nicht, dass wieder alles zuwächst. Hier können wir uns auch gleich noch rein deportieren. Aber dann können die Jungs ruhig vorne mal schlafen. Wir haben nichts zu tun, warte. Einfachgeschwindigkeit. Das da kann noch weg. Es ist Nacht, also kommen bald Gegner. Ja, ne. Geh schlafen. Geh schlafen. Ja, fisch mal weiter, ist okay. Na doch, geh lieber schlafen, mach dir mal anders. Fisch weiter. Das hier oben wächst ganz schön langsam. Und ich hätte gerne mehr Dekozeug. Sand, Wasser, Steine. Meer, Steine. So, wir haben keinen Sand mehr. Müssen wir also demnächst mal holen. Sätze Erde, Sätze Erde, Sätze Erde, Sätze Erde, Sätze. Oh. Sätze G. So. Sätze hintere Erde. Hintere Erde. Nein! Aß, ein- Aß da muss weg. Mit Ferne Steinwall. Also wenn ich das nächste Mal den Sandbox-Modus anfangen sollte, mach ich es gleich von vornherein mit dem Zeug hier. dass ich nicht immer alles nachträglich wie jetzt umbauen muss. Bye bye Tisch. Ersetze Erde. Ersetze Erde, ersetze Erde. Das müsste jetzt eigentlich okay sein. Wir setzen hinter Erde. Hüpf, genau. Jetzt kann da ein richtiger Block hin. Alle haben ein Schnarchen. Genau, wir wollten auch noch Rüstung und Waffen machen. Wie schaut es damit aus? Stahlhelm bräuchten wir Stahl. Lederhelm haben wir Leder. Oh, wir haben richtig Leder. Eins, zwei. Ganz viele Helme. Du hast, du hast nicht. Du hast nicht. Du hast nicht. Du hast, du hast, du hast nicht. Zwei Lederhelme über. Sehr gut. Rüstung haben wir allerdings noch gar keine. Lager. Lederrüstung. Silberrüstung. Nee, komm, Lederrüstung. Eins, zwei. Eins, zwei, drei Lederrüstung. Und schon haben wir kein Leder mehr. Und keine Seile. Aber wir haben ein bisschen Wolle. Lü, 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 lü. Wolle, Wolle, Wolle. Fehlt nur das Leder. Ausrüsten. Du hast eine Rüstung. Du hast eine Rüstung. Du hast eine Rüstung. Du hast gar keine Rüstung. Und sie bekommst du eine tolle. Bekommst eine tolle. Hast eine Rüstung. Bekommst eine tolle. Also jeder hat jetzt zumindest eine Rüstung. Sie haben nicht alle gute Rüstungen, aber sie haben wenigstens eine. Nächster Schritt. Gut, Lederschuhe. Da haben wir nämlich gar keine von bisher. Obwohl Waffen vielleicht wichtiger sind. Wo bist du da? Stahlschwert. Eins, zwei. Ich brauche Eisen. Ja, brauche. Also muss Eis geschmiedet werden. Ja, dann macht mal hier weiter. Ich suche währenddessen für uns Eisen. Das hier wollten wir auch noch auseinander nehmen. Wir hätten aber noch Zeit dafür. So noch 20 Minuten, bis die Welle kommen. Hier unten ist Sand. Ich sehe kein Eisen. Da sehe ich Eisen. Hier ist Silber. Warte mal, machen wir mal hier ein Portal. Gehen hier so runter. Oh, Sand. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und wo wollen die hier schon wieder hin? Achso, von der anderen Seite graben. Natürlich. Warum nicht? Sehr komisch. So, das kann aufwachsen. Alles Steine. Steine brauchen wir auch. Werden auch immer weniger. Weil wir für die Steinwände recht viel verbrauchen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann ruhig alles in zweifacher Geschwindigkeit laufen. Holzfalle. Mäsen. Na, kann. Buch, okay. Das kann weg. Und da haben wir unser Silber, glaube ich. Alles weg. Oh, da unten ist auch noch Eisen. Schöne Ecke hier. Schöne, schöne Ecke. Hantumata. Hantumata? Was? Wie wo? Der hat uns nichts getan bisher. Oh, das ist richtig viel. Baumstammbrücke. Wir haben schon eine bessere Brücke. Sand weg, Sand weg. Funkelzeug. Auch abbauen. Portal hält eine Minute. Was ging denn hin? Das noch weg. Das weg, das weg. Na, kommt Dirtball raus, wenn ich das abbaue. Das ist doof. Oh, und wenn ich Eisen abbaue, das in Sand steckt, kriege ich Eisen und Sand. Hm. Doppelt gut. Das weg. Das weg. Garn. Garn ist Wolle und Holz. Also ja, Wolle und eine Spindel vielleicht. Neues Portal, bitteschön. Das ist der kann weg. Unten noch nicht. Stopp, stopp, stopp. Erstmal hier. Macht weg den ganzen Kripskrams. Und da... Doch, da kommst du ran. Da kommst du jetzt nicht mehr ran. Okay. Weg, weg, weg. Wandteppich. So, da unten haben wir Kohle. Aber ich glaube, ich gucke mal einfach testweise in die Richtung hier. Du kommst mit, Holzzaunjopf. Warum willst du da nicht bauen? Alles nur Dirt. Oh ne, ab und an der Sand dabei. Das heißt, die können auch alle weg. Macht einfach mal den ganzen Boden weg. All den ganzen Boden unter unserer Welt. Eintopf. Blätter, Fleisch, Wasser, Kohle. Und es ist eine neue Mahlzeit. Nährwert 3. Oh, steht bei einer Sache auch ein Nährwert dabei? Warte mal. Nährwert 2. Nährwert 3. Ja, dann koch doch mal einen Eintopf. Wir haben inzwischen dezent viel Fleisch. Gut, dass wir Wasser gesammelt haben. 1, 2, 3, 4... So, 30 Eintopf. Wir haben kein Öl. Ah, Weizenkorn und Stein. Stein und Weizenkorn. Stein und Weizen. Hier war Öl. Wurzel? Harz? Ganz schnell. Und wo kommt Öl raus? Nee, müssen wir erst finden. Kletterbuch. Okay. Das gibt schon komische Skills. Und da habt ihr ein neues Portal. Das Ding hier kann weg. Weg, weg, weg. Nicht abbauen. Hinten ist das Portal. Papier. Ja, schön. Ich hätte doch hier hinten irgendwo Eisen gesehen, mal ganz kurz. So ein ganz kleines Stückchen, wo ich meinte, da ist doch bestimmt nicht viel. Können wir kurz hingucken. Oh, 12 Minuten. Wir können die Schwerte jetzt ausrüsten, fällt mir gerade ein. Schwert. Schwert. Gäule. Boah, immer noch zwei. Zwei, was auch immer. Stahlschwert. Stahlschwert. Oh, kommt das ganz Eisen her. War das echt so viel da eben gerade? Okay. Eins, zwei, drei. Vier. Ausrüsten. So, muss das jetzt wieder hergestellt werden. Ich vergesse es jedes Mal. Oh, ne. Sieht nicht wirklich nach Eisen aus hier. Vogelkäfig. Oh, ein Angry Bird. Sehr süß. So, Hintergrund ist auch überall abgebaut, damit da nichts wächst. Hier haben wir Kohle. Die können wir was hinunternehmen. Bautet euch mal hier hin. Macht das hier alles weg. Bringt den in die Holdern. Und dann sollten wir uns langsam daran machen zu schlafen. Weil 11 Minuten kommen schneller als man denkt. Vor allem, wenn man doppelte Geschwindigkeit laufen hat. Mit Nacht, okay. Dann macht den letzten Block weg. Traut euch. Ja. Der mit der Holzpäule geht vor. Ist okay. Gib ihm. Gib ihm. Haben leider noch nichts Besonderes dabei. Was ich schade finde. Aber na gut. Bringt sie um. Lederschuhe. Ach, die kannten wir noch gar nicht das Rezept. Okay. Und Mitril oder Silber. Sehr schöne Ecke. Alles weg. Ist halt die Mana aus. Ganz okay. Aber ich warte noch kurz, bis das Portal da weg ist. So, hier graben. Da graben. Graben, graben. Klick. Farbe. Äh. Ja. Und das da unten erst weg. Oben alles abbauen. Und dann können wir unten auch abbauen. Sonst kommen wir nicht ran wie hier. So. So, kein Portal. Ist nicht gut. Hier. Hüpf, 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 hüpf. Stoff. Und noch ein Kletterbuch. Das kann weg. Das kann weg. Das kann. Weg. Das, 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 das. Das. Damit wird die Mini hier auch leer. So. Jungs haben nichts zu tun. Ist nicht gut. Lager. Wie schaut's mit Silberbarren aus? Genau. Kohle. Silber. Silberbarren. Und zwar Instant. Nicht irgendwo in der Schmiede. Silberrüstung. Stahl, Silber. Haben wir schon Rezept für Stahl? Ah, muss doch hergestellt werden. Okay. Haben wir Rezept für Stahl? Nee, ne? Okay. Eisen. Eisen. Kohle. Kohle. Tada. Also haben die Schmiede schon was zu tun. Äh, töten, töten. Gibt alles Erfahrungspunkte. Hier können wir auch demnächst aufräumen. Stirb. Dich können wir einsacken. Hier können wir auch noch aufräumen. Also ja, wir haben sehr schön viel zu tun. Und hier sollte er töten. Und da sollte er den Stein rauf. So, damit man hier nicht reinpurzelt, dass sich Wasser sammelt. Mach, mach. Stein rauf. Das lassen wir mit über so. Äh, der Wald hier oben braucht ganz schön lange. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Wildschweine. Oh. Jungs, komm mal her. Bringt das Wildschwein da oben. Und fällt ganz viele, 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 viele Bäume. So, und Wasser sammeln. Wasser sammeln. Ja, den können wir fehlen. So, doppelte Geschwindigkeit. So, ganz viel Holz. Hier sind alle am Schmieden. Das sieht doch mal cool aus. Metallproduktion und andere Leute laufen immer nur hoch und runter, um das Metall abzuarbeiten. Sehr gut. Silber, Silber, Kohle, 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 mehr Silber. Dann haben wir gleich unsere erste Silberrüstung. Sehr schön. Haben wir überhaupt genug Betten? Drei, sechs, acht, neun. Ja, haben wir. Okay. Auch wenn das Bett da ganz schön doof ist. Haben wir schon bessere Betten? Nö, haben wir nicht. Es gab noch diese roten Betten. Da brauchte man, glaube ich, Stoff für. Auch wenn wir nicht wirklich viel Stoff haben. Oh, dafür brauchen wir auch Wolle. Nee. Gut, machen wir erstmal die wichtigen Sachen. Nämlich Lederschuhe. Da hätten wir gerne dich für. Und dich und dich. Und dann hätten wir gerne vier Paar davon. Ausrüsten. Ausrüstung. Lederschuhe. 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 . Bist du, 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 du. Achtung. Bist du, 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 du.